Schmeckt ganz gut. Ich kann es nicht. Schmeckt nicht so einer Bier. Schmeckt ganz gut. Lemon 7, finde ich. Was? Lemon 7, von Wilhelm. Das ist ein cooles Gletschmix. Das ist ein cooles Gletschmix. Green Lemon ist auch ein cooles Gletschmix. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen schwenken hier. Der steht genau hinter, genau. Mach die Augen zu. Und dann steht einer hinter dir und macht rein. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen schwenken hier. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen schwenken. Ja, ich muss ja immer so ein bisschen schwenken. Das ist für mich die Haar-Oberge-Serie. Ja, das ist für mich auch. Das ist aber geil. Absolut geil. Willst du das mal probieren? Ja. Ich muss mich erstmal total einordnen. Na, ich muss ja immer so ein bisschen schwenken. Ja. Das ist das mal. Ja, das wäre was für eine Freundin, das war schon 53 Jahre alt, aber wir hatten schon fertig. Ich habe eine meiner besten Freundinnen, die ist jetzt letztlich herunges Stück geworden. Ja, ist auch eine meiner besten Freundinnen. Also ich habe fast alle ähnliche Freunde, die sind alle Anfang 50, Anfang 50, aber speziell Ilse heißt sie, mit der kannst du Pferde klauen, die ist für alles offen. Toll. Also ich mag das ja auch total gerne, gerade so unterschiedliche Altersgruppen finde ich total geil. Ja, das schocken. Was? Das war's für heute, für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. So, next Saturday in Magdkalle, 5. Juni, Eiermann-Klan, live on the stage. Ach, die machen Werk? Live on the stage! Eiermann-Klan, Magdkalle. Ach, das bleibt drüben auf der Bierzeit-Garnitur. Ach so! Ach so! Ach so!